Da sind welche. Da sind welche. Da sind zwei. Handgranate! Unten, unten, unten. Das ist grad richtig Remmidemmi. Wir sind beim Ausgang ist genau in der Ecke gespawnt. Direkt zur roten Halle? Ja, können wir machen. Denk dran, da vor uns, hier kann aber überall noch gespawnt sein. Das ist aber nicht der schlechteste Baum. Dann verbumse ich erstmal noch nix. Ja, der geht's nicht. Doch, da geht's nix. wir müssen die dinge geharrt weil hier auf der freien fläche davor uns ja nämlich auch ins gesporn ist ach so ja hier können ja auch welches waren aber sehr wahrscheinlich schön wäre es aber stelle war da gerade was da warst du bin mir unsicher ich höre hier was an der wand irgendwo war da hinten was welche seite da schießt eine höchst es ja ja ich rede von schritten es war irgendwie ein stück metall zu hören kann mich auch getäuscht getauscht zu haben können sich hier keine anschleichen so laut karte jetzt nach oben gerannt richtung richtung gold station ja das sind ja 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 gehen wir dann ein stück weiter links über so zb 0 16 schlängeln uns dazwischen durch richtung unserer skiftung gucken das dann an bluten da was geht wir schießen was geht und dann ziehen wir rüber dem stromast folgend zum ausgang ja ja da wollte ich dann nirgendwo anders mit lang und dann gucken wir beim beim scafhaus noch mal was so abgeht nehmen dann da noch vielleicht was mit verziehen uns ja gut ich bewege mich und guck mal hinten raus an der wand sehe ich hier nichts rechts ist frei weil vielleicht sehe ich auch erstmal nichts ich kann schon mal bis zum stein da rennen nicht hier ich komme auch hinten raus und folge dann ich muss es mich ja jetzt sehen rechts ist frei die ecke ja alles gut hinter uns deswegen gesehen ich habe ja auch keine ahnung werden jetzt hat ein arm getroffen wo noch zwei punkte hier ist noch repariert schwer getroffen der drecksack ich bin weiter oben im busch und der grad nach muss gerade gespawnt sein oder der stammt schwer zu sagen das ist etwas was ich sage ja scheinst du erwischt zu haben meine rüstung hat er auch schon halb durchschossen hatte noch zwei prozent beim arm hat noch mal die blutung gestoppt aber dann war auf null so ein ärgern ist aber auch das ist das weiß nicht ob es in dem heute besser gewesen da läuft einer da ist ein skeff wo den habe ich jetzt erschossen gut da ist noch einer noch einer ich sehe ihn nicht kriegst du ihn? den gerade auch nicht mehr warte ich schmeiß die rüstung weg und kaufe mir den ja alles klar kein risiko das ist kein risiko da ist ein sniper ich glaube ich bleibe rechts und gucke rechts nicht dass wenn von da was kommt ich gehe außen rum wo bist du? du hättest dich denn morgen ich bin irgendwo im busch ja ich glaube da ist er ich glaube ich habe ihn erwischt tot ich gucke gerade mal nach bei aufgaben nee er müsste noch leben dann liegt er noch irgendwo rum nee vorsichtig dann liegt da mein toter auf dem feld oder war das die wir eben erschossen haben das kann sein das weiß ich nicht aber wenn du nicht getroffen hast dann vorsichtig hier wo waren meine rüstungen? keine ahnung wo du die abgelegt hast ich habe gerade nicht aufgepasst beim stein hier muss es sein ja geklaut habe ich sie nicht find sie nicht mehr wo war das denn? beim stein wo du gewartet hast hier hier wo der ganze blut liegt ach ich habe sie ich bin ein idiot ich habe sie in meine in meinen rucksack gepackt zwei scheiß idioten ey dann pass auf ich gehe jetzt hier bei den skiff ran oh ja der liegt schon beschissen oh der hat nen Hackebeil bei das nehme ich mit ne Hunter Küstenplan da ist noch ne Karte ja den Kuhchen nicht ich auch nicht aber er darf nicht gezählt haben weil ich hat obwohl hatte ich zwei oder einen mit der ohne Rüstung erschossen Hero einen hattest du bis jetzt dann habe ich zwei gut dann habe ich ihn gut dann ist gut das war es doch ja also den habe ich hier gelootet den hier ja den anderen noch nicht das ist ja deiner das ist mir eigentlich relativ ja mir eigentlich auch aber ich wollte es nur gesagt haben so ich stelle mich jetzt hier an die oh guck mal der SPS schön direkt mal die PS-Mony mitgenommen wahnsinn hier schon drei skiffs gesehen bin ich jetzt mutig und holen wir den auch da ist auf jeden Fall ein Scharfschütze und weg erstmal hier nur safe machen äh ich will erst erstmal gucken was er überhaupt dabei gehabt hat ja ich gehe jetzt hoch mal ein bisschen und gucke hier die Gegend ab ich stehe mich hier an die Wand und hier sehe wenn was kommt alleine jetzt hat sich ja die Runde schon super gelohnt so ich habe ja gesagt hier ist Born echt eigentlich viele Skiffs ja so ich schmeiß mich hier oben mal kurz ins Gras aber es ist halt eben auch arsch gefährlich ja das sowieso so ich stehe gerade nach hab nichts gesehen aber so dass du weißt wir sind gerade ohne Deckung so 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 hab meinen Helm gewechselt ja ja ich sammle davon nichts ein jetzt ich will nichts mehr dann können wir los trinkt gerade was und dann können wir weiter oh ich könnte wenn ich wollte ja komm ich schaue es mir jetzt auch ein warte ich esse hier gerade meine meine Chips dann trinke ich hier meinen leckeren Apfelsaft dann habe ich ihm noch ein Heddy gedrückt bevor er verschwunden ist ja war gut ich dachte ich hätte mitgekriegt so fertig jo wir können gut ich stehe oberhalb im Hut letzter Blick aufs freie Schussfeld nochmal ein Headshot fangen ne gut bis der Richtung hätte ich alles gesehen so ich habe zwar einen lahmen Flügel aber mir geht es sonst ganz gut ähm witt du äh ranpackern nö ich habe sie eben nicht gesagt weil wir hier eigentlich recht offen sind aber wie viele Aufladung hast du denn dafür hä? Skev Skev ich höre einen zwei Aufladungen Skev ich habe einen Skev gehört ja hinterm Stein ich habe ihn nicht gesehen ich habe ihn auf jeden Fall gehört ich habe ihn auf jeden Fall gehört hier oben ist auch scheiß ich der sitzt links hinterm Stein wahrscheinlich da wo links hinterm Stein hier vor uns oder was? nein da vorne bei dem großen vor uns bei dem nicht glaube ich nicht dem hier wo ich gerade hinlaufe ja dahinter glaube ich ist der ich komme auch gerne nochmal zurück Rüstung wegpacken wenn ich jetzt sterbe ist mir ist gerade egal pass auf da der muss ja irgendwo dahinter ich sehe nicht vielleicht ist er noch ein Stück weiter dahinter ich sehe nicht ist mir gerade egal hier ich werde jetzt nicht aufs freie fällen ohne Rüstung rennen ne das muss wegen dem scheiß Skev so weiter weg hier die behaupte ich dann auf äh ähm im Village ja wo ich bessere Sicht habe äh ich habe ihn nur labern hören leck mich! hat der mich erschreckt nicht nur dich er war weiter näher er war näher dran aber er war hier gehts dir gut? alles klar? alles gut alles gut alles gut alter hat er mich gerade getrollt fixer ja mich auch damit habe ich gar nicht mehr gerendet ich habe wirklich gedacht dass er weiter weg steht so ein Arsch jetzt gehe ich dabei gesundheitsmäßig wie gehts dir? hm? wie gehts dir? wunderbar er hat mich nicht getroffen gut alles gesund ja weil er war mächtig geballert deswegen weil ich halt im ganzen Magazin gedrückt habe förmlich weil ich angst habe dass er mich trifft ja natürlich ja natürlich ich habe ja dann auch noch zwei aber ich war vorsichtig dass ich dich nicht treffe ich habe dann nur nochmal zwei Schüsse abgegeben aber dann lag er schon so gut jetzt aber dann vielleicht dürfen wir uns jetzt bewegen heute doch nochmal weg hier jetzt haben wir so viel Radau gemacht hier ist die Wand so nicht dass hier hinter einer steht nichts ist unmöglich ganz beschissene Pose hier Wollen wir ein bisschen mittig hier laufen? ja 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 so wie immer wenn die da wirklich wieder alle zum Ausgang latschen haben wir keine Wüste denen Battle zu liefern und die wollen wahrscheinlich auch nicht also das sei sie haben nichts dann ist sie natürlich nicht vorbei ja laut ging es nicht weg 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 ungeschützt 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 ist nie gut in allen Lebenslagen ja das stimmt und Hoffnung ist keine Taktik wo ist das Dörfchen? mit den Bäumen ja ich habe schon mal die Straße im Blick sehen tue ich erstmal nichts zweite Straße auch nichts beide Straßen tot nichts zu sehen keine Leiche kein gar nichts Wollen wir das ganze erstmal rechts schlankieren von rechts nach links also das Straßenseite wechseln da ist eine Scaf da vorne der ist jetzt im Busch ne ich wechsel die Straßenseite ja ich bleib hier sitzen der läuft jetzt wieder rüber ja der ist jetzt wieder in die Hütte reingelaufen bei der Hütte im Türrahmen steht er jetzt vielleicht gut ich komme nach welche Tür? links das Haus auf der linken Straßenseite der ist gerade wieder rüber gelaufen in den Türrahmen rein hier wo ich gerade zulaufe ich habe jetzt zwei ich habe jetzt zwei hier wo ich gerade zulaufe ja noch eins weiter da vorne oder Prüffest alles klar alles klar kriegst du ihn? alles gut hast du? ich habe danke fürs ansagen ich will nämlich dass du diese scheiß Quest hier mit dieser ohne Weste Pille Palle hier mal aufhörst so ich sitze jetzt mittig im Busch zwischen den beiden Straßen dann dürfte hier eigentlich keiner sein oder man sieht ihn nicht so ähm alles klar da? ja ich bin gerade im Haus drin ich bin das Haus am checken dass hier keiner ist okay alles safe hier hier rum kannst du zumachen? genau dann können wir hier uns jetzt erstmal bisschen umschauen du bist das in der Scheune? ja ich bin hin gut hier war schon einer das ist nämlich schon durchsucht ja Tatsache ja paar Kleinigkeiten ich will was trennen ich bin hinten in der Hütte ich höre nicht Straßenseite rennen war gerade was gut ich habe die Tür komplett im Blick ich schwank zwar wie verrückt aber den kriege ich soll ich mal eine Granate hinwerfen? würde ich noch nicht machen vielleicht hat er uns noch nicht gehört aber du tappelst zu viel da drin natürlich hat er uns gehört würde ich noch nicht machen wir wissen ja nicht wo er ist und wie viele die brauchen wir noch vielleicht im Busch draußen kann ja auch ein Skiff sein rote Hütte da ist was also bei uns ja da habe ich die Geräusche gehört achso ja ich habe wie gesagt die Tür im Blick reinkommen kann er nicht würde auch nicht riskieren ne der ist draußen am Zaun bei Busch bei ungefähr wo das rote Ding ist bist du jetzt draußen? ich bin jetzt draußen das werde ich jetzt hier in der Scheune ne? 10 durch den Zaun nicht da scheißt du halt auf warte hier ich kursen hat keiner in dem Moment der ist hier irgendwo hier oder die Kante wo ich gerade hin ziel zumindest da kamen die Geräusche her warte hm ja habe ich schon geguckt ich habe hier schon mal rausgepeakt ja ich würde jetzt hier hier äh links laufen um die Ecke ja mal gucken hier ist ein toter Skiff dann tue ich nix hä? jetzt läuft was das ist ein Skiff gewesen sein andere Seite ja ist ein Skiff dann hol ihn dir Tiger andere Seite Hütte Röstung weg ich komm mit rauf sind wir hier? haben schön hat er sich nicht gewehrt ich komm mit hinterher ja die Tür hinten zu hier war auch schon ja die haben hier alles geplündert komplett leer paar Kleinigkeiten liegen noch rum ok dann alles Sachen die ich nicht kenne was hast du denn dabei? hier was hast du für'n Waffen Waffen Rig? äh nur so'n kleines dann äh gönnt ihr hier das äh BSS MK1 Rig oh ne Geselle wo liegt denn das? bei ihm da? prüfen ja ich habe jetzt gerade ne Geselle angezogen Rüstungsklasse 5 gut dass ich ihn nicht ins Gesicht geschossen hab sauber geh mal kurz hier in die Hütte sauber geh mal kurz hier in die Hütte wo ist das Fenster hier drin? hast du hier schon drin gewesen? ich war da nicht da waren andere Leute drin so ja ich hab ja nur die Bankräuberweste sauber schönes Waffen Rig nehm ich ich geh hier immer grad raus aus freiem Feld und taue hier meine Rüstung in Busch so so gut versteckt jetzt hab ich ne Geselle an Rüstungsklasse 5 Respekt die würde ich jetzt nicht mehr ausziehen egal ob ein Skeff kommt oder nicht dann lass mich erschießen ja auf jeden Fall war schon ein guter Progress ja mega gut fehlt mir nur noch einer her das ja wie fehlt dir noch? wieviel Skeffs? äh eine ganze Menge ähm also scheißt jetzt drauf die nächsten gehören dir hier rum da sag ich jetzt an und dann ja je nachdem oder willst du auch wie weit brauchst du noch für die Jägerquests weil dann kannst du die Quests ja auch verbinden ja ne äh da brauch ich noch ein bisschen weil mir diese komische Dings noch fehlt die äh Rindereintopf so wo bist du jetzt eigentlich? ich bin in der Scheune grad achso ich hab jetzt in ich hab nochmal gecheckt ich guck jetzt nochmal wie sieht denn bei dir mit äh Energie und so weiter aus weil wenn wir hier nix finden äh müssen wir mal gucken dass wir jetzt langsam ähm Energie 50 50 ja sollten wir uns mal langsam bewegen das stimmt gut dann tun wir das ich hab gute T-Money gefunden gehen wir hinten raus? äh können wir gern machen ja und dann äh der Straße folgend bis zum Strom machst dann weg oder? ja ja gut jetzt gucken wir mal über die Straße vielleicht spawnt ja nochmal einer das recht mit scripttechnisch war das heute ein riesen Erfolg beide Male ja ja ne jetzt sowieso haben wir jetzt schon erwischt 5 6 ich hab das gar nicht mitgezählt hier ist der KX-Werk es steht sogar ein Auto ja wenn mehr Geld dabei naaa mancher hat ja ein SCAF 40.000 dabei mohaha die jetzt leider nicht ne das wär zu schön gewesen aber die 5 war Amor hätte ich nicht gegen SCAF getauscht da sind die Strommasten genau und jetzt einfach dann nur straks folgend jaa ganz gemütlich so schnell verhummer ich ja auch nicht außerdem hab ich keine Lust hier noch irgendeinem in die Quere zu rennen ohne ihn vorher zu sehen auf so viele punkte abdecken die ich gern abdecken würde ja gutes sichtfeld schon abdecken vorne ich gucke nach rechts da haben wir schon gute 180 grad locker abgedeckt noch lange nicht genug für die scheiß map hier mindestens drei am besten mit vier mann da kannst du alle richtungen abdecken ja aber selbst dann weiß natürlich hier wenn der uns zuerst wird und irgendwo schockt sie sind eh nicht richtig sprinden bis so ein bisschen am laufen vielleicht musste gerade dann auch kurz ins job machen und er gibt hier direkt eine hätte hast ja auch nicht immer gleich ist entsprechende scope drauf für die ganzen berge mal oben abzuchecken ich bin froh dass ich eins drauf habe mindestens kann man schon mal strom hast da rechts sind hier so ein bisschen weiter links hinter der straße ist gar nicht so schlecht laufen wir also ziemlich gut jetzt ist er hier rüber und er läuft schon über die straße ab und Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020